was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu final fantasy 15 wir stehen jetzt hier kurz vor der dungeon und vielen dank dass ihr zugeschaltet habt freut mich sehr supportet das ganze ihr wisst ja wie es geht däumchen hoch was in den kommentaren vielleicht mal schreiben und ein abo wären auch ganz nice und jetzt gehen wir rein in die action ja jetzt bin ich mal wir müssen wachsam bleiben wer weiß was sich hier eingenästet hat ja da hast du recht gladius da kommt schon das erste komische lesen schade wow den kriegen wir aber mal richtig hier war noch was zum einsamen riesengraben zahle ein großer fan von wäldern zu viele käfer und so hoppala alles klar jetzt haben wir es auf jeden fall hammergeil dass wir jetzt eine heilige start haben wäre natürlich schön wenn wir so bis zum ende des spiels die arbeit dann das vergnügen also such gefälligst ja ich such doch schon mir ist ein neues rezept eingefallen da freue ich mich drauf alles klar okay schießt hat viel mal ab schön ich trottel auf natürlich erst mal direkt wieder in die falsche richtung da hinten in der ecke waren wir weiter geht auch nicht schon wieder so ein vieh alter wollt ihr mich verarschen hallo ignis ist kurz vorm abkacken iris allerdings auch okay bei iris kann ich aber nichts machen oh ja ja da ist nichts gut alter ich komme hier gar nicht weg jetzt hat mich das Vieh auch noch gepackt ich glaube es ja nicht genau geht mir das hier auf die senkel ey wo ist denn jetzt noch was geht los pronto wunderbar das war nicht leicht ne das war jetzt wieder easy hier geht es nicht weiter jedenfalls nicht leben ein weg aufwärts ich bin nass bis auf die unterhose alles klar ich hoffe doch das kommt vom fluss die kleidung wiegt schwer ja ich würde auch mal sagen wir rasten hier vielleicht sollten wir heute hier über ja allerdings ich muss das abendessen vorbereiten okay ich helfe dir okay naja machen wir dieses das Yummy, yummy. Okey dokey. Ja alles klar, das machen wir andermal, da braucht ihr alles mit bei sein, das ist ja eh langweilig. Da aussortieren. Ja ansonsten, wie gefällt euch das Spiel? Schreibt das auch mal gerne in den Kommentaren. Oder wie gefällt euch, wie ich spielen. Wie auch immer. Schreibt das gerne mal rein. Ach Mensch ey, ich hasse diese Viecher jetzt schon. Sehr schön. Ja. 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 Das ging auf jeden Fall gut ab. Und nackt? Ja. Mir geht es blendend. Ok 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 Ach, dann ist das hier ein Pfad Ja, worauf denn? Eieieieieieieieieieieieieieieieieieie*** What the Fuck is das da yeah? Komm nachher, Jo! Fuck! Jetzt! Genau! Wow, wow, wow! Ja, wow! Ja, wow! Ja, wow! Jetzt haut das Vieh ab, oder was? Oh, wow, wow! Das war's, Junge! Und tschüss! Wowie, wowie! Ja! Die nächste Königswaffe! Was geht ab? Wowie, wowie! Wowie, wowie! Wowie, wowie! Das sieht nice aus! Geiles Teil, jetzt schon! Okay, jetzt bekommt er wahrscheinlich wieder einer seiner Visionen. Oder? Keine Kopfschmerzen! Allerdings, Jungs! Das rüsten wir auch mal direkt aus. Stab! Schwert der Weisen! Ja, das ist ein Kind! Dann können wir den Stab behalten! Ja, das ist ein Kind! Ja, das ist ein Kind! Schwert der Weisen! Kann man ja mal Chainsung hiermit! Kann man ja auch immer rufen! Okay! Okay, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Und supportet das ganze. Das war echt nice und haut rein.